Hallo Leute und herzlich willkommen bei dynamicgaming.eu Ja, es ist schon ein wenig bis wir unser Kanal eröffnet haben und wir haben was zu verlosen. Ein Gewinnspiel. Wir wollen euch nämlich zu Weihnachten ein bisschen unter die Arme greifen und möchten euch was schenken. Und zwar, bevor wir zu den ganzen Plätzen kommen, möchte ich euch einmal sagen, was zu beachten ist. Ihr sollt als erstes beachten, dass ihr unten in der Videobeschreibung auf unsere Fanpage geht in Facebook und schreibt uns einen Satz mit. Ich war artig auf unsere Pinnwand. Das einzige was ihr dann nur noch machen müsst, ist bis zum 24.12.2012 auf die Verlosung warten. Am 23.12.2012 um 15 Uhr ist die Verlosung zu Ende. Das heißt, ihr dürft keinen Satz mehr mit ich war artig auf die Pinnwand schreiben. Achtung, jeder darf nur einmal ich war artig schreiben. Die Gewinner schreiben wir dann in Facebook an. Schreiben, hallo, du bist der erste, zweite oder dritte Platz. Es gibt drei Plätze und für den ersten Platz gibt es zu gewinnen. Darksiders, Red Faction Armagen, Metro 2033, Company of Heroes, Company of Heroes Obstain France und Company of Heroes Tales of Falor. Entschuldigung, wenn ich das falsch ausgesprochen habe, aber egal, ihr lest es ja so oder so mit. Für den zweiten Platz gibt es Saints Row of the Raid. Und ja, das ist ein einziges Spiel, die anderen waren im Bundle. Also hoffen wir mal, dass hier der zweite oder der erste Platz war. Und für den dritten Platz und letzten Platz und einen Trostpreis gibt es von dem Sunny, von einem Minecraft Server, Gigant Gaming. Auch einmal unten in der Videobeschreibung eine IP. Der Server wird am 12. Monat aufgemacht. Wann genau, kann er noch nicht gesagt werden. Egal, alles weitere seht ihr unten auch in der Videobeschreibung über den Minecraft Server von ihnen. Und er spendet für euch über unser Team eine 10 Euro Passive Card. Und ja, am 24. steht die Verlosung auf. Der dritte Platz, der bekommt, das heißt, beziehungsweise alle Leute schreiben wir am 25. dann an. Denn am 24. ist Heiligabend. Da wird nur das Video hochgeladen. Ich bedanke mich erstmal, dass ihr eingeschaltet habt. Ich hoffe, ihr werdet euch trotzdem darüber freuen, denn es ist eine Kleinigkeit für euch zu Weihnachten. Wer weiß, ihr könnt ja die Passive Card da einsetzen, wo ihr wollt und die Spieler auch. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Mein Name ist...